Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von DestroyPay, ich bin der Verte von DestroyPay, genau, und wir spielen, warte, 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 was ist die? Ja, guck mal, hier, das ist Doppelsprung, ja? Wir spielen eine Runde 1 vs. 1 auf Timolia und er packt mir gerade eine Luft. Yo, ich fliege, ja? Yo, hier. Wieso kann ich fliegen? Das ist ja lol. Okay, jetzt nicht mehr. Ähm, was machst du? Er greift schon an. Ich werde, ich treffe dich nicht mehr, ja? Ich brenne einfach mal. Lol. Lol. Lol, ich habe immer... So, ich fördere dich nur mal raus. Ja. Ist das so gelegt bei mir? Das ist eigentlich ein geiles Problem, ja. Warte. So. Ich spiele jetzt noch eine Runde und was wir haben? Wir haben eine Lederrüstung. Eine Keule des Todes. Die Keule des Todes, genau. Die hat, ähm, Schlag 2 und Rückstoß 2. Dann Hackfalschacke, die hat Stärke 5 und Verbrennung 2. 16 Ender... Wow, wow, yo, was? Ich habe dich die ganze Zeit geschlagen. Jetzt stehst du einfach nur da rum? Ja, ich war gerade am erklären. Okay, sorry, Quart. Jetzt kriegst du einen... Jetzt kriegst du auch. Ha. 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 Verdammt, jetzt höre ich meine... Wo ist er hin? Hände. Wo ist er hin? Yo. Den krieg ich jetzt. So, das ist so richtig... Ich seh die von hier oben. Schön für dich. Alter, bist du unter der Treppe? Nö. Achso, du bist... Der ist... Der ist... Der ist... Der ist... Der ist... So, dich krieg ich. So, ich seh ihn jetzt. Einmal... Pusser! Sobald werden wir eh unsere Enderperlen vorbeihaben. Ja. Oh, ich benutze fast nur... Ich benutze fast nur Doppelsprünge. Dieses Doppelsprünge nervt... Wo ist hin? Yo, er hat sich weggeportet, dieser Horst. Aber er brennt. Nicht mehr. Wie viel Leben hast du? Ähm... Deine... Eins. Was? Eins. Oh, er ist tot. Yo, ich hab gewonnen. Und jetzt ist mit deinem Kit... Ich hab die ganze Zeit geschlagen haben, ja? Ja, ich war grad einmal klären. Du hast nicht wahrscheinlich mit der Keule geschlagen. Ja. Was heißt das? Warte, warte, bevor du anfängst. Bevor du anfängst. Warte kurz. Ich lass es einfach mal so. Äh... Also, wir haben einen Stock mit richtig hartem Zeugs drauf. Ja, ja. Yes. Das hat er nicht gesehen. Bogen. Angel. Was? Ich komm mal zu dir. Nein. Nein, du kommst nicht zu mir. Nein, ich schlag dich nicht. Nein, nein. Ich schlag dich nicht wirklich. Hier. Hier. Weg von mir. Nein, guck mal. Ich will mal, dass du auch den anderen was zeigst. Du, ey. Ich hab ihn gekillt. Ja, ja. Du kannst mich nochmal herausfordern. Komm. Ich wollte eigentlich, dass du zeigst, wie die Maps an einer anderen Kreise sind. Das sieht man nicht mehr. Ach so, ja. Okay. Das haben wir schon mal gesehen. Haben wir in einem anderen Video gezeigt. Ähm... Ja, ich hab ein bisschen. Warte kurz. Warte kurz. Ich hab schon mal hier rum. Ich glaub dir nicht. Warte kurz. So. Hier sieht man da oben, dass die so aneinandergereiht sind. Das Geile ist, ich krieg jetzt keinen Fallschaden mehr. So, ich krieg dich. Auch wenn du dich versteckst. Weil ich bin hier der über-mega-harte Sniper. Komm. Bei der nächsten, bei der nächsten Runde machen wir die... Ich hab schon keine Scheiße in der Beine gesehen, aber ich hab gar nicht gedacht, was es geht. Das ist so... Ich hab schon keine Scheiße in der Beine gesehen, aber ich hab gar nicht gedacht, was es geht. Das ist so... Man könnte sich eigentlich... Das ist das Witzige. Man kann hier alles abbauen und sich eigentlich ein Haus bauen. Das ist Fakbar. Headshot. Guck. Ja, okay. Man kann hier abbauen und ein Haus bauen. Ja, warte kurz. So. Ich mach kurz was aus. Ich hab jetzt keinen Bock. Dass der die ganze Zeit hier Double-jumpt. Deswegen machen wir zwei Sachen aus. Und zwar machen wir das aus und das machen wir aus. Und was ich mir jetzt dazuholen werde zu meinem Kit sind zwei Sachen. Okay, die Fischi-Mappe. Aber auch keiner. So. Basti, wo bist du? Ich bin auch hier am Kit verändern. So. Hier sind wir mal die Lobby. Okay. Dann fordere ich dich raus jetzt, ne? Mein Kit ist jetzt ein bisschen vergeilert. Alter. What the fuck are your legs? Fuck, man. Ey, ne. Ne, ne. Nur können wir überfliegen. Ne, fliegen ist aus. Dann kann man sich hier das eigene Kit verändern. Ja, okay, warte. Wo bist du? Wo bist du jetzt eigentlich? Fede? Okay, Fede. Hab dich jetzt herausgefordert? Schack mich. Ich hab dich herausgefordert schon. Muss ich schlagen. So. Das hab ich doch grad ausgemacht. Ja, warte, jetzt machen wir mal mit meinem Kit. Ehrlich? Ja. Jetzt werden wir sehen, was dein Kit ist. Wo ist er? Ja. Da ist er. So, alter, wie viele Enderperlen einfach mal drin hat. Warte kurz. So. Wie du einfach mal 100.000 Enderperlen. Wo ist er hin? Alter, warte. Okay, dann zieh ich aber auch die. Was denn? Wenn du ne Diaristung drin hast, dann kann man die da wohl anziehen. Ja, weil ich sag ja auch nicht sehr cool. Ich hab mir wohl gesagt, dass ich die dann auch anziehe. Wo ist er hin? Ja, ich seh dich nicht mehr. Sneakst du grad? Nee. Ja. Ja. So, mal sehen, ob ich ihn finde. So, jetzt krieg ich ihn, jetzt krieg ich ihn. Okay, fahr mal, ich sterbe gleich. Wo ist er hin? Hm. So, ich versteck mich jetzt hier im Busch. Ich bin ein Buschmensch. Da kannst du lange auf mich warten. Ich warte erst mal, bis ich gerackt bin. Dann komm ich hier raus. Also Leute, es wird da etwas länger umgehen. Denkst du, ich finde mich nicht, ha? So, ich werde jetzt auch noch schnell mal ein Kit verändern. Das werde ich alle bei mir sehen, wie ich mir jetzt noch so ein Kit mache. Und zwar, und zwar, ich werde alles, was ich habe, weg. Und ich werde jetzt ein bestimmtes Kit machen. Und zwar. 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 Wo is denn der? So, und zwar. So, ich bin ähm. Fertig ausgerüstet. Ja, komm. Hier. Wo bist du? Wo machen wir es dann eigentlich mit dem ähm? Was ist denn eigentlich mit dem Abflug? Oh f*** man, f*** 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 Blaze, Blaze Ah, die töten sich selber, Alter, what the f*** So Ah, f*** man, ich sterbe Also wenn ich jetzt sterbe Haha Nee, dann ist es ja, weil ich auf den Homebutton gekommen bin Loil Okay Ja, ich bin deswegen geschwommen, okay Loil Alter Okay, wir machen jetzt noch eine Runde Okay Ich hatte voll das Yolo-Kit Ich hatte, ich hatte mir Blöcke versteckt Und hab mich einfach da rein gebaut Irgendwie wieder den T Warte, warte, lass mich jetzt mal gucken Lass mich erstmal die Rüstung anziehen Wieso machst du eigentlich immer die Rüstung falsch Falsch Musst du das einfach absichtlich? Magma-Schleim Garst Trank der Schwäche Trank der Stärke Dann wird der Stärke Hand an Wieso hast du Was du Wieso hast du einen Trinktrank von halter Sch- Halter Schwäche Halter Schwäche Die Stärke Wenn wird der Stärke Euch kann passieren Die Stärke Die Stärke Die Stärke In der Stärke Die Stärke komm hast du denn einen stärketrank schon genommen doch hast du und das ist noch ein sieg für den so warte ich meine wir machen uns jetzt ein ganz normales ding und zwar machen wir jetzt einfach ja okay das stinknormale kit machen wir einfach mal mit einer richtig guten rüstung also jetzt aber keine verzauerte so nur schon das brauchen wir machen wir meinen eisenschwert so wenn wir auch nur noch so einer sorgen zum braun denke ich so ich habe gleich ein ziemlich gutes kit also so richtig so ein power kit so dass wenn ich mir noch ein das hier und noch so ein von denen hier dann wenn wir hier mal so ein bisschen verzaubern so und den bogen schlag zwei ich weiß zwar nicht was der unterschied ist zwischen diesen zwei aber so ich bin fertig ich auch nicht so 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 und dann noch einmal hier nein mache ich nicht falls man etwas essen möchte ich bin fertig ich bin fertig okay jetzt mit meinem kit ihr habt es die schule schauen was kann jetzt gesehen und das ist eigentlich ein ganz gutes kit du hast hier im tank der sprungkraft schadens und heilung enderperlen und lachs der lachs ist einfach nur perfekt du bist du aber du bist bist so 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 und 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 11. Wo bist du, ist die Frage hier. Ich bin da. Alter, ich höre hier die Sounds, hast du irgendwas gespawnt, aber ich habe doch gar keine Spawner-Eier da. Das hört sich voll so an, es wird wahrscheinlich von den Arenen liegen, die nebenan sind. Weil die werden wahrscheinlich irgendein... So, aber Mann, wo bist du jetzt? Ich verstecke mich. Okay. Entschuldige, einfach nicht hier in der Mitte. So, bist du, kommt, wenn es passiert, der da, ja. War da irgendwo runter, ja. Ich schwöre, dass es gar nicht gut ist. Genau, du bist schön in der Mitte, ne? Du bist so. Ich kenn dich. Du bist so. Ja, komm doch mal, bitte. Ich will gegen dich kämpfen. Ja, nein, ja, nein. Ich will, hast du nur kurz auf dem Herzen. Ja, nein. Ich hatte mich runtergebaut, Basti, ich hatte mich runtergebaut. Ich wollte, weil ich, ich hab deinen Namen gesehen, dass du unten warst. Und, ähm, warte kurz. Einfach nur so ein Über-, was ist das denn? Ja, ich weiß, ne? Ja, ich weiß, ne? Das kleine Schild, ne? Ich bin die ganze Zeit durch die Keller gegangen. Doppel, ja, komm, das Kind war irgendwie dumm. Ich hab dich mit zwei Schrägen im Platz gehabt. Ja. So, jetzt lassen wir dein letztes Kind aussuchen. Und zwar mach ich mal so ein richtig behindertes Kind. So. Äh, so ein richtig dummes Kind. Was haben wir denn hier? Ich hab, frag mich, kann man ein, hat ein verzaubertes Buch den Effekt drauf? Weißt du das? Wie meinst du das jetzt? Den Effekt drauf? Ich mein, was ich, dass ich jetzt, äh, wenn ich ein verzaubertes Buch und Chef 5 da auf die Schlage, krieg ich dann immer noch so eine, ähm, Hm. Weiß ich auch nicht, egal. Ähm. Ich mach mal das Klett-Kit. So. Nicht ganz glätt, aber so halbes Glätt zumindest. So. Ich mach dich schöne, viele. Bezauberungsbücher. Das war ich nicht. Nein. Ah. Das brauch ich. Das brauch ich. Das brauch ich. Das brauch ich. Das brauch ich auch. Und. Ja, so ist gut. Und jetzt brauch ich noch. Wofür ist eigentlich Blaze-Powder-But? Auch fürs Brauen. Achso. So, und jetzt hier kurz die Sachen, das verzaubern hier. Also. Das appointments. Das. So. so verdammte fisch fahrze sekunde was denn so und ich werde noch das hier so ich bin fertig ja ja keine ahnung das ein bisschen auszugleichen das draufpacken nein noch nicht ganz so jetzt bin ich fertig das kann weg und so ich bin fertig so das ist denke ich jetzt die letzte runde dann reicht es auch oder ja warte ich komme mit gespeichert erst mal fordere ich dich raus okay dann meine rippe warte das ist meine rippe und dein kopf heißt ich bin ein skelett und ja du hast einen bogen und ein bisschen was drauf und einer pern jetzt geht es los ich kenne niemand nicht ich auch nicht aber ich vermute erst da sein das braun ist ich weiß nicht was ich gemerkt habe Yo. Fuck. Was hast du gemerkt? Gar nichts hab ich gemerkt. Ich bin, dass ich gestorben bin wegen der Enderperle. So, Entschuldigung, diese Runde hat nicht gezählt. Ich muss kurz den Fallschaden ausmachen. Weil... Ja bitte, mach doch bitte wieder Doppelsprung rein, ja. Nein. Nein, nein, Doppelsprung. Kann ich so gut abhauen. Eben, das ist es ja, deswegen möchte ich nicht. So, was ist die? Komm her. Komm, jetzt wiederholen wir das. Meine Rippe, deine Rippe. So. Ja. Wo hat er sich hin verzogen? Ich werd ihn jetzt suchen. Haha. So, wo ist er hin? Ich denk, Basti, du hast schon mehrere Runden als ich auf diesem Server gespielt, oder? Ja. Ja. Schon alleine, weil ich manchmal Samstag bei uns nichts besseres zu tun habe, als Eingriff zu spielen. Und schon alleine, weil ich einmal ein Video gemacht habe. Ja. 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 Ich hänge fest, Digga! Was ist das für ein Feind? Das ist unsterblich. Du bist nicht unsicher unter Wasser, Basti. Ich weiß, dass ich mit Bogen verlieren werde. Hast du keine Enderperlen mehr? Doch. Ah, verdammt! Wo ist er hin? Ja, ok. Alter! Jo, was ist da für ein Rückstoß drauf? Ja, hast du das eigentlich bei dem einen Video gemacht? Welchen? Bei dem neuesten, was du hochgeladen hast, dieses... Dead Wars meinst du? Ja, dieses am Anfang, dieses Unmix hat ich verloren. Ich hab einfach nur die Geschwindigkeit verändert. Also ich hab's langsamer gemacht, so das auf der Sound. Welches Programm benutzt du? Movie Maker. Immer noch. Jo, wie viel Herz hast du? Jo, wie viel Herz hast du? Nix. Okay. Warte jetzt noch... Ich hatte noch 3 oder 2,5. Du hast 2. Ja, dein Leckhit allerletzte Runde mit diesem... Auf diesem Server. Auf dieser... Auf dieser... So. Und er denkt, ich bemerks nicht. Oder? Hattest du's gehabt, ne? Alter, wie bringt das nichts? Hä? Bringt das bei dir was? Welche Schwerte? Loser, 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 Loser. Du bei mir auch? So, ich hab dich. Wollen wir vielleicht noch eine Sache machen, noch ein Game? Einfach, wir haben kein Kit, ohne Kit, ohne Kit, einfach alles wegwerfen. Wir prügeln uns einfach mit Rückstoßstäben. Nee, ohne alles. Nein, einfach mit Rückstoßstäben, das wird doch voll witzig. Dann springen wir so die ganze Zeit rum. Okay, schmeiß mir mal gleich einen hin, ja? Ja, nee, ist egal, ich mach einfach das Kit mit einem Rückstoßstab. Rückstoß, 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 Rückstoß. Da ist Rückstoß. Ähm. So. Mein Kit besteht jetzt aus gar nichts. Ich sehe es nicht. So. Und jetzt haben wir das. Dann machen wir noch zwei Turniere, oder? Okay. Also zwei Turniere, zwei Runden. Wo bist du? Erst mit deinem Kit. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. So, das Kit besteht aus nichts. Ich kann aber doublejumpen. Ich muss es richtig timen. Yo, das wird... Wie einfach... Wie führends... Wie einfach... Wie einfach... Bei der einzigen Flamme. Im ganzen Ding. Ich bin irgendwie extra durchgelaufen. So, ich fäng dich. Wie viel Herzen hast du? Wir hätten keine Regeneration anmachen sollen. Zwo. Drei. Wieso? Fünf. Sechs. Einmal. Okay, komm. Komm. Warte, warte, warte. Warte, warte. Stopp, stopp, ey. Okay. Wir gehen in die Mitte. Ja. Zu dem Feuer. Wir gehen aber nicht rein. Wir regenerieren kurz. Ja. Ja, ich bin bei voll. Ich hab voll. Ich hab voll. Ich hab nicht. Dann versteck ich mich. Mal sehen, ob du mich findest. Okay. Und lass mich nicht wegbekommen. Nein, okay. Ich versteck mich nicht. Ich weiß aber nicht voll. Nein, du kannst mich gar nicht finden, weil ich sneaker. Das ist unmöglich. Okay. Ja, ich kann mal mal was. Bist du voll? Ha, ich schlag mich mit einem Zaun. Verdammt. Wir denken, er kann sich ein Schwert machen. Nein. Hier, der das wirklich glaubt. Nee. Hab ich nicht geglaubt. soo. 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 Wieso denn das? Ich stecke hier fest. Wo bist du? Sag es mir, verrat es mir. Was ist das? Wieso kriegt ihr überhaupt nicht? Das hast du davon. Wo bist du? Ja, ich fordere dich raus. So, schau mal, wie der Stock heißt. Wo willst du hin? Okay, warte. Mach her, komm. Ich hätte Fallschaden eigentlich anmachen müssen. Die Sache schlagen ist nicht immer das Schloss, weil ich dich dann booster. Nee, warte kurz, stopp. Hier steht die Shit, das würde ich gerne lesen. Bild bei. Was ist das? Das ist die Map, von wem die gebaut wird. Ja, 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 guck mal. Ja, so jetzt. Ja, Mann, ich versuche hier rauszukommen. Das hast du jetzt ohne Doppelkant. Sicher? Nein. So, verdammt. Ah. Ah. Nicht, dass du die noch gewinnst, die Runde. Du kleiner Hacker, du. Ich bin kein Hacker. Ja. Ja. Das kriegst du nicht. Das kriegst du nicht. Das kriegst du nicht. Nö. Aber ich kann nicht hier hochgehen. Verdammt. Aber ich muss aber erst mal hier hochkommen. Nein! Nein! So, jetzt muss ich aber hier irgendwie hochkommen. Das ist mein Problem. Alter, man kann hier nicht hoch. Ach nee. Oh, wir können hier nicht mehr raus. Kannst du hier raus? Nee. Darum habe ich hier einmal Doppelkant. So, ich kann mal versuchen. Nein. Oh, wir können hier nicht mehr raus. So. Ich habe eine brillante Idee, weil ich bin brillant. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Wie denn? Ich bin draußen. Ich sag's dir nicht. Das ist so einfach. Ich weiß, du hast irgendwo eine Leiter oder sowas gefunden. Nein. Keine Leiter. Ich schwör dir aus. Keine Leiter. Guck mal hier. Du Horst. Du Horst. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Du kleiner Spaß. Aber ich wusste es mir gerade eben selbst mal nicht. So. Es pfeift da hier so rum. Keine Ahnung. Ich tu ja hier Komm. So, komm, 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 komm. Was? Oh, ich krieg die Sache nicht. Gut. Verdammt! Was ist das? Das bin ich. Du hast gar nichts mehr dran. Du hast keine Balls. Ist ja mehr als... Was ist... So, jetzt kriegst du eine gehäppert, Mann. Hier. So, komm. 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 Wir werden diese Runde nicht beenden können, Basti. Das ist mein Problem. Weißt du was? Wir steigen beide auf die Faust, okay? Okay, warte. Komm. Komm. Ich hab die Balls aufs. Du. Komm her, komm. Komm. Du doch. Okay. Und das war's mit dieser Runde. Ja. Und das war's mit dieser Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Schöpfle. Ich bin der Fede und das ist der. Und ich bin der Basti. Mach's Di, Hi. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.